Wir sind für Dorch im Frieslandstern in Horum, denn für Dorch ist hier Plattdeutsch Klönschnack. Klönschnack hier in Horum, wie Bernhard und Gisela. Överdartigjohr hebt sie hier die Plattdeutsche Sprache hochholen. Und vor allen Dingen möchte ich mich bedanken als Plattdeutschbeobträumte von Landkreis Friesland, auch im Namen von meinen Mitstriedern Wolfgang Bursch und Vorel, die gräliert auch zu den Dartigjohren länger. Und vor allen Dingen, dass ihr so viele Düsende bereitstellt hättest für die Kindergäuerns, für die Grundschulen, dass Material anschafft werden könnt, wo die Kinder mit lernen können. Aber ich bin auch nicht mit leeren Hand gekommen, sondern ich hab ein Becken mitgebracht. So hab ich mir dann Gedanken gemacht, ich kann das Löwens hier nicht herzaubern. Aber ich bin dann auf Turgau und hab dann doch was gefunden, was an die beiden geerinnert. Und zwar einmal ein CD von Ina Müller, den kannst du dir in der Adventszeit mit Gisela Moin besinnlich anhören. Und dann von Lopka hab ich das Buch gefunden, Weihnachten in Watt. Das sind 24 Geschichten, ob Hoch- und ob Plattdeutsch. Das ist wie so ein Adventskalender, wo du jeden Tag Dörr auch machen kannst. Fünf Teile da hoch sind ein Röhm, also musst du dich erst mal schon mal anstrengen, dass du dich mit Gisela Achtedieck bist. Und dann hast du ja noch Nähe da hoch für dich. Und dann hab ich hier noch die Nähe-Allenburgische Klemmer mitgebracht. Die ist von Spieker und von der Allenburgische Landshow für 2020. Bitteschön. So, und Gisela, du kannst auch mal eben hierherkommen, Tommi, oder ich komm die Tommöte uns vor. Lötchen präsent. Und vor allen Dingen, orm die, wenn das hier orms, gar nicht so, komm oder dich. Jedes Mal, wir gehen noch an Tee, satt auf dem Tisch, Brot, wir gehen noch da. Und vor allen Dingen, Schinken. So ein leckeren Schinken, jeden Mal, du sind bestimmt etliche, grobe Schinkendömer. Vielen Dank. Und ich sprich enorm von allem, die hier von nachts dran die genommen hat, dass wir so eine Runde saugen, die da hatte ich ja. Ich hab natürlich da hatte ich ja so nicht mitbelebt, aber irgendwie möchtet wir das und bericht kriegen, dass wir den kleinen Schnack noch wiederkriegt hier in Wangerland. Und ich blüff, ich finde auch noch ein paar Mitstriegers, dass wir irgendwie und irgendwann, dass wir umnehmen dürfen. Vielen Dank. Schönen Dank, schönen Dank für die Wörter, schönen Dank für die Geschenke. Und ich verspreche dir, wenn wir das zugeheimkriegen, wenn einer, also dieser ist Ben Ola Twini und ich bin Ben Ola Twini, und ich denke mir, wir haben genug und wir haben genug, wir haben genug, wir werden Ben Ola Twini. Aber wenn die da zugeheimkriegen, dann will ich euch gehen helfen und ich lasse uns, dass wir Ola Twini und Ola Twini auch bleiben. Wunderbar. Applaus Wunderbar. 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 Wunderbar.